Ich liebe Drama, aber nur wenn es ums Make-up geht. Heute zeige ich euch, wie ihr mit Grimmers Augenbrauenplastik die Augenbrauen richtig genial abdecken und danach beliebig in Form bringen könnt. Viel Spaß dabei! So, ich hoffe dieses Demo-Video hat euch gefallen, mir hat es Spaß gemacht und bis bald!